servus jungs was geht in einen wunderschönen inzwischen jetzt gleich sonntag ja ich hoffe es geht euch gut ja freunde herzlich willkommen hier zu diesem kurzen video hier und ihr habt es wahrscheinlich schon ein zwei tage gemerkt dass es hier bei mir ein bisschen ruhiger geworden ist und diejenigen die den letzten live stream verfolgt haben die werden auch schon ein bisschen was wissen ja was ist eigentlich passiert ich bin in meinem letzten live stream also ihr müsst ja wissen ich habe ja über ps4 remote play habe ich ja mein bild für euch übertragen ja so dass ihr quasi fifa auch bei mir sehen könnt ja ich habe remote play verwendet und das hat ein update gemacht ja genauso wie die playstation update gemacht hat das werdet ihr wahrscheinlich auch gesehen haben die letzten paar tage ich glaube es war vorgestern vorgestern hat die playstation ein update gemacht und bei ps4 remote play ist es so dass du dich dort auch gleichzeitig mit deinem account reinsetzen musst das war in der version davor nicht so da musst du es nicht unbedingt machen aber das hat man hinzugefügt ja und nach dem update kam ich in meinen account nicht mehr rein so das heißt also ich habe mein live stream hier gestartet und musste dann feststellen ich habe meine ps4 angemacht und dann habe ich gesehen okay hier kurzes update kommen kein problem machst du ganz kurz lief auch flüssig ja und nach dem update habe ich dann gemerkt okay ich komme in meinen account nicht mehr rein was mache ich jetzt ich kann euch kein spiel übertragen was mache ich denn jetzt ja und in dem punkt habe ich mir dann was überlegt der live stream war für die katz ja ich habe in dem live stream eigentlich vor gehabt mit euch eine krasse division rivals party zu machen das hat leider nicht funktioniert aber ich habe auf jeden fall die zeit genutzt um auf jeden fall was auf die beine zu stellen und ich habe mir was besorgt liebe herrschaften und jeder von euch der irgendwie einen größeren fifa youtuber sieht oder so der weiß ganz genau dass sowas in jedes gaming setup gehört und entschuldigung kurz aufstoßen und vor allem freunde was auf jeden fall bei mir neu dazu gekommen ist ist das hier ja das habe ich mir bestellt das ist die elgato game capture h60s das ist genau das was auch alle alle anderen verwenden dadurch ist es auf jeden fall möglich dass ich wieder das volle spielbild für euch einblenden kann so eine elgato ist eigentlich ich kann euch das mal hier zeigen so wir gehen mal kurz hier in den anderen bildschirm dass ihr auch seht es funktioniert wieder alles also ne also macht euch keine sorgen es gibt auf jeden fall bald wieder videos so ich kann mal kurz hier mich mal hier reinsetzen so kennt ihr mich ja aus der saarbrücken karriere zum beispiel die ich heute übrigens noch aufnehme das wird jetzt so mein nächster schachpunkt sein ich werde heute noch saarbrücken aufnehmen ja mit diesem streaming deck beziehungsweise mit der elgato hd 60 kann ich euch das bild übertragen und ein paar kleine stream kleinigkeiten hinzufügen ich muss allerdings dazugestehen ich habe mich noch nicht zu krass damit beschäftigt ne also es ist auf jeden fall so ich bin dabei mich noch so ein bisschen da rein zu fuchsen aber es läuft wieder alles ja dementsprechend macht euch keine sorgen passt auf jeden fall alles so viel kann ich auf jeden fall schon sagen an neuigkeiten kann man auch sagen ich habe mein team verkauft ja auch das kann man eventuell mal noch sagen da könnte da werde ich eventuell euch ein division rivals video ne beziehungsweise ein ultimate team video werde ich euch da wahrscheinlich machen weil das vielleicht den ein oder anderen eventuell interessiert ja das war auch noch der aufreger am wochenende ja aufgrund unvorgesehener umstände hat sich die bevorstehende weekend league um 24 stunden verschoben ja das habe ich habe ich auch gesehen also es ist wirklich wirklich es ist wirklich krass wirklich ja und ich habe wie gesagt mein team verkauft ne und falls ihr euch übrigens gerade wundert ich habe mir dass der brücken karriere ein bisschen was ausprobiert einfach weil mir ein paar dinge im karriere modus noch ein bisschen unklar waren alle wie gesagt ich habe mein team verkauft und ich denke da werde ich euch vielleicht mal ein video dazu machen einfach weil es vielleicht den ein oder anderen interessiert also ich habe jetzt aktuell glaube ich 775.000 und ne 784.000 habe ich jetzt aktuell drauf und warum ich das gemacht habe wieso weshalb warum werde ich euch noch zeigen ja dementsprechend lasst mal so wie es ist freut euch auf jeden fall es geht weiter hier macht euch keine sorgen es ist alles in ordnung und dementsprechend freut euch auf das weiter das war mein kurzes update was ich noch dazu sagen muss ähm was den kompletten monat betrifft ja immerhin man muss es ja wirklich sagen fifa ist ja jetzt ein bis zwei wochen draußen fifa 21 und ich muss ganz ehrlich sagen das was in den letzten ein paar wochen bei mir auf dem channel los war an euch alle vielen vielen dank ja an alle neun leute die hier angekommen sind dieser brücken videos wie ihr diese videos guckt das ist krank das ist einfach nur krank dementsprechend ich kann mich einfach nur bedanken bei euch und ich freue mich auf alles was noch dazu kommt dementsprechend freut euch und jetzt geht es weiter mit den videos also jetzt wisst ihr bescheid wir sehen uns im nächsten video ich nehme jetzt erstmal dieser brücken karriere auf und dann schauen wir mal egal wo ihr jetzt hingeht habt noch einen schönen tag wir sehen uns macht gut bis dann ciao ciao ciao